Good morning in the morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Heute ist wieder der liebe... GigiD dabei! Wir spielen heute den neuen Infiziert-Modus in MW. Infiziert mag ich an sich extrem. Schauen mal, wie er in MW ist. Also magst du infiziert an sich, GigiD? MW3 war die... Du hast gerade so hart geleckt. Infiziert in MW ist das Geilste, was es gab. Ja, infiziert ist richtig nice. Mal gucken, ob es hier gut ist. Ich bin gespannt. Starten wir die Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, let's go! Wenn infiziert jetzt nicht in MW gut ist, dann bin ich traurig. Dann verkaufe ich mein Spiel. Oh, auf Anaya Palace, wenn ich es richtig ausspreche. Auf der Map könnte es, glaube ich, echt nice werden. True. Hey, sind wir nachgeträumt? Nee, nee, doch. Anscheinend, nee. Ich weiß nicht. Oh, okay. Infizierungscountdown. Wehe, wehe, wehe. Einer von uns dann, heulich. Ich quitt absolut. Es gibt Quads. Ist... Ininfiziert. Ist Quads? Nee. Mhm. Oh, der ist bei mir, der ist bei mir. Wo bist du denn? Bei dem Taxistand. Ich komme mal zu dir. Oh Gott. Nein! GigiD. Komm, ich bin hinter dir. Wir müssen uns irgendwo... Irgendwo hin, wo es sicher ist. Meinte, der ist immer noch im Haus. Und... Lol. Hier fährt er einfach mit einem Quad. Ach, das hast du gemeint mit Quad. Ich dachte, vier Leute werden am Anfang infiziert. Das habe ich gerade... Nee, nee. Der eine hupt die ganze Zeit. Ja. I'm cruising down the street in Mastix. Oh, hell no. Komm, die Rinder auch. Lol. Ist das neu? Nee, ich glaube, die haben einfach die Bodenkrieg-Map genommen. Lädig zu sein. Wollen wir noch rumlaufen oder nicht? Es kann halt sein, dass auf einmal richtig viele infiziert werden. Ich schieße mich nach dir. Ich folge einfach dir. Okay. Oh mein Gott, sie chillen hier oben. Weniger als eine Minute. Ich schieße die Claymore. Aua. Einfach nicht beachten. Aua, aua. Ich habe einen Kill. Die mobilen Deckungen. Ist aber langweilig. Ist es glaube ich zu groß, T-Map? Ja, ich glaube, wenn es wirklich die Bodenkrieg-Mapes ist. Was? Du lagst gerade ein bisschen gegen die. Uff. Mann. Ich versuche es gleich zu fixen. Ich gehe jetzt einfach mal ins Geschehen rein. Ja, ich glaube, auf Bodenkrieg-Mapes ist es echt belastend. Ja, es ist viel zu groß. Viel zu groß. Kann man hier durch? Ne. Ne. Wir beide sind gerade wie so Dullis versucht. Ah, hast du mich erschrocken. Der schießt einfach alle, auf die hochkommen. Hinter uns kann gut einer kommen. Die mobile Deckung. Oh, das ist echt krank. Einfach nicht wach. Aber in Black Ops 4 war es schon nice gemacht, wenn man dann... Geht nach hinter dir. Oh nein, oh, wir sind infiziert. Okay. Ich bin auch tot. Mann, ich dachte, ich habe mich voll auf die mobile Deckung verlassen. Ja gut, die können einfach rüberklettern, ne? Ja, aber irgendwie habe ich mich trotzdem drauf verlassen. Aber ich fand es in Black Ops 4 nice, dass man dann ein Zombie war. Ja gut, aber MW hat halt relativ wenig mit Zombies zu tun, ne? Ja, schon. Aber es würde hier, denke ich, auch nicht reinpassen. Aber das fand ich nice. Das hat es irgendwie infiziert noch infizierter gemacht. Okay. Sieg. Mal gucken, was last ist. Die Runde war so langweilig. War halt zu groß. Ja, viel zu groß. So dumm, warum machen die die dann größer jetzt? Leute, halt. Er hat uns alle geholt. Wir sind so gestorben. Okay, auch ein neues. Hoffentlich ist diese Runde spannender. Aber ich glaube schon. Ich glaube, so dass sie es so infiziert, passt es sogar bei Nacht. Aber vor allem ist die Map jetzt auch kleiner, ne? Ja. Das stelle ich mir ein bisschen spannender vor. Ja. Also hier müssen wir, denke ich, schon echt viel vorsichtiger sein. Er heißt Spooni69. Spooni ist so ein süßer Name und dann kommt 69, du versauter Böffel. Doch hier wird es schon interessanter. Oh mein Gott. Ich habe auch ein bisschen Angst, wie in so einem Horrorfilm. Not again. Okay, wir müssen echt aufpassen. Ich bin hinter dir. I'm a dog. Wir sind das Dreamteam. Ja, wir müssen. Wenn wir jetzt an einem sterben, ich habe nie was gesagt. Hier ist einer. Ich habe einen. Ich wollte ihn spielen. Den habe ich. Oh mein Gott, wie er hinten im Spawning. Siehst du es? Siehst du es? Oh mein Gott. Sie sind eklig. Bro. Kommt, Leute. Es sind erst zwei infiziert. Kommt raus aus dem Spawn. Kommt. Es sind erst zwei. Let's go. Kommt. Ja, komm. Wir motivieren sie rauszugehen. Ja. Oh mein Gott. Der hat einen Taktikanschick gesetzt. Wer schießt mich an? Da ist einer. Oh mein Gott. Haben die Waffen? Nee, nee. Das war ein Teammate. Oh mein Gott. Ich bin so erschrocken. Holy shit. Ich bin hinter dir. Nein. Ich wurde so getomahokt. Oh mein Gott. Lauf. Oh. Heilige Scheiße. Ich such dich jetzt aber heim, ne? Ich weiß. Ich hab so Angst. Oh Mann. Gege die. Ab. 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 Wo steckst du? Sag ich dir nicht. Sag ich... Oh. Wow. Gege die. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich den Typ getomahokt. Echt jetzt? Echt jetzt? Nein. Boah. Der war hinten und ich hab dir so ein Messer in den Kopf geschmissen. Scheiße hinter mir ist einer gespawnt. Hä? Ne. Nichts. Aua. Aua. Ey. 5.000 Leute. Oh Gott, ich hatte so Angst. Ohne Witz, da kamen gerade 5 Millionen Leute auf dich zu. Ja, ich hab's gesehen. Alter, mein Herz. Mehr Angst als bei Skytalk der 13. Boah. Warum Horrorspiel kaufen? Infiziert bei Nacht. Oh shit. Was? Oh no. Eip. Aua. Oh mein Gott, der Tommerhoff. Ich hab ihm so einen heftigen Tomahawk gegeben. Wenn du ihm jetzt across the map gedrückt hast, dann quitte ich mein Leben. Nein, nein, nein. Das nicht. Wie die da alle mobile Deckung haben. Ja, ja. Wir müssen Tomahawks reintrücken. Wir müssen alle auf einmal Tomahawks werfen. Ja, okay. Die sind down. Safe call. Oh, wie? Hab einen, hab einen. Let's go. Es kamen gerade 5.000 Leute auf ihn zu. Okay, der, der Arme. Oh man. Aua. Macht schon, drogne. Infiziert ist schon ein guter Modus. True. Also auf kleineren Maps, ja. Oh mein Gott, wie er durchgekommen ist. Die Map ist doch auch voll groß. Och, ich hasse diese Map. Soll ich raus? Mir ist es egal. Oder nee, lass mal das mal versuchen. Wo bist denn du? Ah, da. Okay, warte. Ich komm auf die. Wer wird infiziert sein? Wer? Ich glaube hier einer, oder? Moment. Moment. Nee. Einer hat doch im Auto gestorben? Zwei Stück. Okay, der ist aber irgendwo da hinten. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Aber pass auf, die können hier auch spawnen überall. Ich hör, ich hör, tausendmal. Platziere Claymore. Platziere Claymore. Warte, okay. Ich setze meine einfrieren Flags auch. Ich setze sie genau hier hin. Aua, dein Haus ist einer. Pass auf. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat hier nicht einen Tomahawk gedrückt jetzt. Alter! Oh mein Gott! Ja, infiziert ist richtig nice. Jonscha, sag mir, dass es nicht passiert ist jetzt. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich will nicht mehr weggehen. Pfff! 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 Scheiße! Pfff! Pfff! Ich kann mir den richtig vorstellen, so voll in Bewegung und dann fickt aber so ein Messer an. Wie kann man so ein krasses Tomahawk werden? Pfff! Pfff! Scheiße! Pfff! Ich seh schon deinen Traum heute Abend. Dieses Szenario spielt sich einfach so fünfmal durch. Okay, Gigiti, ich schicke dir jetzt das Video. Was sagst du dazu? Ich kann die mir so vorstellen. Hat geschickt, hat geschickt. Schau ihn dir an. Du hast einfach in der Bewegung... Du hast in der Bewegung den größten Torwart, den es auf diesem Planeten gab. Das ist ganz schlimm gerade. Ganz, ganz schlimm. Man fühlte sich krass, wenn man in Black Ops 2 wirklich in eine Cross the Map geworfen hat, aber das... Das übertrifft's gerade um Längen. Ich tue sie in Toma. Schau ihn dir an. Aua! Was? Auch noch auf der schlimmsten Map, die jemals existiert hat. Aua! Das ist schon belastend. Das ist ein echt ekliger Tod. Hast du da geschrien? Wie war deine Reaktion? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Nein? Weil ich... Ich höre nur so... Ich kann mich vorstellen, wie du so richtig aggressiv geworden bist. Ich höre nur so ein WAS! Und dann einfach so direkt ein Rage-Quiz. Lägy haben allerdings jetzt... Das ist ein Rage-Quiz. Das war's.. Wie war das? Wie war das? Ich hab mich totalứng und ver만 auf Сず. Vielen Dank.